ja auch Volcano schätze ich mal der Kenzo Volcano Prozent so ein Vertrauen du willst doch jetzt nicht ernsthaft das ganze auf Englisch machen mhm maybe ja und du hast eine Langeweile und jetzt raus um die Lampe wieder anzukleben so wir waren das letzte Mal bis hierhin gekommen Schienen Barbecue ich freue mich schon an Schienen der will ja er freut sich ich hab schon mal Angst Schienen Barbecue du wirst sterben Barbecue mhm jetzt hab ich Hunger denkt dran immer erst mal nach links laufen bei Super Mario kann das tötig sein ja das stimmt okay hier ist nichts oh nicht gut nicht gut gar nicht gut gar nicht gut gar nicht gut Mist ich töten sogar ziemlich schlecht und boom okay okay wir sind gut man hätte sich bestimmt da durchschieden müssen mhm ja egal lalalala lalalala und wir werden alle sterben das kann was werden aber wir beide steuern wort ist schon tot 9 übel btl 0 l nicht gut okay nächstes Mal fahren wir unten lang weil da ist ein Puzzleteil das heißt wir es gerade nicht ernsthaft gemacht oder I'm sorry I'm so sorry das Puzzleteil müssen wir uns jetzt zum Glück nicht noch mal holen mhm mhm ich mag das Level bis jetzt schon nicht du ne nicht fertig wow wow unten lang fast ich wollte schon mal fast ich wollte schon mal auf die nächste gleich drauf springen ähm ich bin tot wir hätten nach oben wechseln sollen also ganz ernst dieses Schiene ist wirklich ziemlich scheiße das ist übel das ist richtig übel das ist ja noch schlimmer als Welt 4 was ich hab auf 2 gedrückt wieso springt ihr da jetzt halt nicht weil du nicht gesprungen bist ich hab auf 2 gedrückt würde ich jetzt auch sagen fick dich ne dann wirst du eh gleich reingesumt gesumt gesumt ja gesumt geworpt oh man heilige Scheiße so ein Dreck und ich bin schon wieder verreckt bom 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 was man habe ich gute Reflexe als ich mich doch tatsächlich gedrückt ja hast du so gute Reflexe du was heißt nicht du genau du 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 und schon wieder oh man gibt's hier kein save point nein gibt's nicht Mist oh man ich sehe es schon kommen an diesem Level werden wir noch sehr lange hängen wahrscheinlich oh man oh man yeah ich bin tot ducken wow äh wow hätt ich auch so gemacht scheiß auf das scheiß auf den Buchstab BITCHE fuck Alter ganz im Ernst ist das Level ist aber richtig scheiße ein bisschen vor allen Dingen wenn einer verreckt dann kann der andere gar nicht äh dann muss der andere ja durchmachen dann auch das ist kacke ey auch oh man oh man aber er das ist ja nicht die Städte ich würde in dem Moment jetzt ich bin das Spiel ist schuld meine Kontrolle richtig egal wer schützt es auch so ja er gut ist Deutsch wer anders als ich Momboros etwas umgang versuchen Prozent ich glaube es versuche ich wahrscheinlich gar nichts das ist oben auch nicht aber ich habe gerade überlegt dass ich unten nehme das Löffel ist böse auch tot er hat was auch gegrillt also ist Prozent Barbecue das passt schon ziemlich ganz im Ernst ich würde mich wundern wenn wir zum Speicherpunkt kommen bevor all unsere Leben auf gebraucht sind wie lange haben wir noch Zeit zum Aufnehmen Wochenende ich bin ich trau mich jetzt gerade nicht hinzugucken weißt du weil es heute ist Weiche Eile sterben wir Weiche Eile du bist tot Höhe 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 das war gut auch ja wow Alter ich werde hier immer gegrillt kann das sein ooooh ooooh Alter das Level ist Böse Böse ist untertrieben stark untertrieben es ist teuflisch höllisch gut Infernalisch Infernalisch genau fast geschafft also das muss man gelassen ooooh ich war in dem Moment zu dir gewinnen in dem Moment kann ich auch nichts machen da warst du schon unten manno ich würde sagen wir beenden die Part E wenn halt unsere Leben aufgebaut sind denn ich bezweifle echt stark dass wir den schaffen äh wir schaffen das immer positiv denken nein doch nein ich dachte schon du fällst jetzt runter das Level ist böse bin ich ich habe ich habe es geschafft wow wow ne also bei dem Level fällt einem nichts anderes ein außer wow WTF und ja gut das fällt mir auch noch ein du das heißt nicht ja genau du wow jawoll Halt verschnaufen nach wie viel verlorenen Leben wie lange Zeit haben wir noch guck jetzt mal schnell wir haben noch genug ok weiter wow hallelujah what tot ich nicht ich aber gelaufen will ich gleich alles versinkt in der Nava so eine Scheiße fuck nein du fällst nicht in die Lava du lässt sich von dem Feuerball treffen so ein Feuerball Junge so ein Feuerball Junge haha scheißegal auch wenn alles hier versinkt wir rennen da jetzt durch scheißegal die nächste Lohre kompisch o o o was so war er 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 war nur ein Puzzleteil gewesen der Fall wir verrecken jetzt wir schaffen das ich esse solche Positivdenker wow toll wieso machst du so was weiß ich nicht komm am besten noch nicht zurück ist vielleicht besser so ne oh man das Positives scheißegal und der Feuerball war auch scheißig was so wo 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 warte auf mich warte ok 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 los geht's egal 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 diese Lampe fällt immer runter wow diese Lampe hängt nämlich da draußen vor einem Schild nein diese Lampe hängt nämlich da draußen vor einem Schild auf dem bitte Aufnahme steht hä aufnahme bitte nicht stören ok dann das nicht bitte Aufnahme ja ok das recht wir machen das hier nämlich ganz professionell und diese Lampe fällt immer runter und ich verreck hier immer ich fällt da auch immer runter ja das merke ich schon mhm ich glaub das merken wir alle schon ja what du bist auch verreckt okay jetzt haben wir null Leben mehr oh Gott Himmelhilfe hier nach beenden wir jetzt müssen wir es schaffen ich würd sagen hier nach beenden wir höchstwahrscheinlich den Part ja so ziemlich ja keiner mehr von uns beiden auch noch Bock hat irgendwas zu machen wahrscheinlich nein jawoll bis dahin haben wir es schon mal geschafft ok jetzt müssen wir uns ja eigentlich hier nur noch hangeln ne und dann ist der schlimmste Teil eigentlich hier nur diese ja auch ja mich haben sie erwischt sorry äh mich auch aber nein ja 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 viel Spaß den musst du alleine machen ok ich werd's versuchen weh du verreckst jetzt ich geb mein bestes nicht zu verrecken oh ich hab das ja Gott sei Dank los spring gegen wunderbar oh Gott sei Dank ey halleluja ah scheiße das G hat gefehlt das war auf der letzten Schleck nein ja da musst du aber nochmal rein ach der Kacke fett gedisst wow ok wow 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 das ganze hier erstmal gehen wir shoppen dann schnuppern wir nochmal kurz in das nächste oh Gott als ob wir das mit nur am Freilfen ich kann kaum noch äh ernst also ob wir das jetzt nur mit ein paar Järzen schaffen würden das nächste schaffen wir wie lange haben wir noch äh noch drei Minuten wir schaffen das ja denk daran da war es nicht so spaßig wie Ter also Ter war das wo wir da immer bei den Klippen reingesprungen sind was uns dann so schwarz gemacht hat schätze ich mal jih steiniges auf und ab ich schätze mal dass jetzt irgendwo Steine runterfallen werden wie bei den Klippen oh oh hoffentlich nicht dann sehen wir mal diese scheiß Wortwitze dabei ne ja die dann noch schlecht sind wenn ihr echt mal schlechte Wortwitze sehen wollt dann können wir euch auf Youtube nur ein schlechtes Sitcom empfehlen ja ja jetzt mal nach links und Trommel da mal gegen wetten da wär jetzt ein Fass gewesen nein wärs nicht oh hast recht ach steiniges auf und ab ok verstehe ja ich verstehe ja ich verstehe wenn man die auf Steinen auf und ab auf oder eben auch nur ab irgendwas macht sorry hab ich grad nicht mehr drauf geachtet wie die die wir werden alle ver wenn ja eine also in der Lava. Ja, und die versinken da immer und kommen wieder hoch. Oh Mann. Ich würde sagen, beim Speicherschwein, da werden wir erst mal abbrechen. Wahrscheinlich. Wenn wir so viel Zeit noch haben. Was zum? Oh nein, das versinkt auch noch, siehst du es? Ja, herrlich. Ja, das macht Spaß. Ja, würde ich gerade sagen. Ö, dö, dö. Guck mal, was oben drauf ist. Holen wir uns das noch. Nein, so, wir, doch, was ist das so. Nein. Zu weit. Stopp. Ach, war, wow. Gut gemacht. Ich würde sagen, wir beenden wir den Karten. Wir beenden das Ganze. Wir versuchen das nächste Mal nochmal. Ja. Also, das nächste Mal sehen wir uns wieder. Jetzt bin ich mal ans Mikrofon gekommen. Bei steinigem Auf und Ab. Ja. Wohl eher Ab als Aufwärm. So hoffe ich in der Lava fallen. Aber... Ja, naja. Okay, bis zum nächsten Part. Tschüss. Tschüss. Und, falls es euch aufgefallen ist, noch vier Level. Bis zum Ende. Sicher? Ja, das Spiel nähert sich scheinbar dem Ende. Guck doch mal. Ja, fünf. Gut, das eine da. Ja. Okay. Und dann kommen auch die ganzen Karte. Ja. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.